Jo, hier ist die der Bohlen. Und ich wollte eigentlich so richtig geil mit guten Freunden ins neue Jahr feiern, ja. Aber dann kam was dazwischen. Ich hab keine Freunde. Ich scheiße, das wär so geil gewesen, ja. Ja, hallo, hier ist Evelyn Bodecki. An Silvester, ja, tut man ja Bleigießen, ne? Wie soll das gehen? Das ist doch voll schwer. Man sagt doch auch, meine Arme sind so schwer wie Blei, ja. Und das ist doch auch ein Metall. Wie soll man das denn gießen und wohin überhaupt? Ja, das sind alles Fragen, die geklärt werden wollen am 31.12. traditionell. Die MDR Jump Promi-Gruppe von 16 bis 18 Uhr. Hier bei MDR Jump sind sie auf jeden Fall gut aufgestellt. Und später dann die MDR Jump DJs in the mix für einen Silvester-Mix, der sich gewaschen hat. Also bleiben Sie einfach bei uns.